Also, wonach suche ich, wenn ich an diesen Koordinaten abkomme? Ja, du kannst Frau Hildmann ja auch laut machen, lustig. Schwere hier, glaube ich, so. Vielleicht eine Schriftrolle verborgen in einer uralten Bibliothek? Also, weißt du es selbst nicht? Sicher erkennen wir es wenn du siehst. Hast du ein Ziel, oder warum fliegst du los? Äh... Ja. Zweite Richtung. Ich denke, wir werden düst hier auf einmal los. Ich habe beinahe hinterher geflogen, so aus Reflex. Schön Regen und schön viel Wasser zum rüberfliegen. So muss es ausgehen. Da ist er. Weiß nicht wie, aber Malle ist da vorne auf einmal. Hey, bin ich schon vorgeflogen, wenn ich wusste, wo es lang ging, Jungs. Ich bin ... Ein Stein! Oh! Das reflektiert einfach, spiel mal diesen Tunnel hier. Dürfen, ob's mir was bringt. Na gut nix Na doch Gut, du weißt nicht was wir finden werden, aber was erhoffst du ihr zu finden? Wissen wir nicht? Was ist mit Schätzen? Oder eine Abwärtsliste? Ist das einzige was tief? Ja, ist das Ach so Nächstes Ziel, ja auf einmal war es weg Schon wieder Das ist fast wie bei Red Dead Eye Du bist echt nur unterwegs Wissen wir wie das überspringen oder was? Ja, du kannst einen Wegpunkt setzen und kannst den automatisch reiten lassen, aber es klappt nicht immer Aber bei Red Dead hast du ja wenigstens passieren wenigen Sachen so nebenbei Manchmal ganz lustig aber Das Spiel lebt auch eher von den Interaktionen die so passieren glaube ich Ja, Alter Eingefroren bevor er zu euch kommt, du Haben wir um die Ecke geflitzt Ich habe etwas gefunden, aber ich bin mir nicht wirklich sicher was es ist Scheint deaktiviert zu sein Im Manuskript wurde eine Vibrationsfrequenz eröffnet Vielleicht könnte ich einen Impuls durch deinen Javelin leiten Ach, Rätsel, mach mal Naja, viel zu Rätseln ist eigentlich nicht Ach, da sind die Taufeln ja direkt daneben, Alter Nur für dich Ecke Oh, tausendmal drehen hier Also solche Rätseln kann man sich dann aber auch sparen, oder? Du hast gerade überlegt, wie es geht Nee, ich sehe die Dinge immer nur hochkommen und denke mir Puh, nee Jetzt gebe ich mal den Leuten die Chance, die sonst im Spiel nichts reißen und mal zu glänzen Boah So, wo ihm alle, als er das Ding nicht getroffen hat die ganze Zeit Hm Es hat gelegt Was soll ich jetzt hier machen, draufstehen, oder was? Hast du das gehört? Ich habe das gespürt Wie ein Schein Hm, ich habe das gespürt, oh Oh Du brauchst noch drei weitere Energiesteine Vielleicht bringt es dir was bei der Suche der Energie zu folgen Da taucht das bei Malle immer früher auf Ich habe keine Ahnung Ja, du bist immer schon instant da Oh, wie viele Gegner sind hier Und nebenbei mach ich mal ein Rätsel, ja Ja, mach mal easy Ja, mach mal easy Ja, das ist jetzt So, da haben wir das Symbol, wo es das zweite Symbol ist Aber ist eigentlich egal, wenn ich eins schon hab, preußt das andere Boah Das ist ja das Schwächste bei diesen Dingern, du brauchst eh nur ein Symbol Aber was habe ich jetzt aktiviert, achta? Der Malle Ah, jetzt wieder so ein Ding Ah Drei kleine Dings im Kreuz Kreuz geschoben Oh 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 Da ist noch einer Wir haben nicht gesehen, den Bruder Hä Wiele kommt denn da? Das eine Zeichen muss Das eine Zeichen muss Starglas Warte, beweg dich nicht Die Instrumente zeigen kleine Fehler im System an Uralte Mechaniken und der Zahn der Zeit Die Resolience stimmt nicht Ich muss Signalimpulse durch deinen Chevrolet übertragen, um das auszugleichen Die kommen alle hier raus, oder? Er ist lädt und lädt und los Selbst die Geräte in-game haben Ladezeichen wie das Spiel selber Ich habe einen zweiten Stein Jetzt musst du ihn nur noch platzieren Stein Stein, ja, okay Warum der ganze Auffahrt? Ja Das war ja auch Wir nehmen mal das Ding Ich weiß, was du meinst Mor hatte sicher sein Da hat sich definitiv wieder was gerät Fortschritt Warnblitz Oh, die war unter mir Die nächste Position begeben Die ist hier irgendwie drunter Hier bei mir Oder ihr fliegt den Weg komplett außen rum Oh Gott, was das denn hier sind so viele Zeichen Lass mal Aki machen, der kann ja eh alles hervorruhen Ja, dann lass mal Aki machen, ich würde das mal sehen Was? Mach mal die Frage nicht Oh, warte Ganz einfach Ja Welche Reihe nimmst du? Du musst einfach die vier Reihen probieren Ja, du hast die Speilernasen, du musst selber wissen Oh, ich seh Ah, da ist das Viereck ein Grund steht im Weg Ich bin eben die zwei Ey Was hast du jetzt die erste oder die zweite Reihe? Ich hab jetzt die zweite genommen Also die in der Mitte Hier Die Säulen müssen zu den richtigen Symbolen passen Aber irgendwie Hier ist das eine Symbol schon gar nicht dran Ne, sonst ist umgekehrt Okay Äh Warte mal Du hast das falsche Kreuz genommen Warte mal, warte mal Nein, es gibt kein anderes Nein, es gibt die Scheißen gar nicht Es kann nur der Warte mal Ich komm nicht ran Welches hast du jetzt genommen? Jetzt bist du Ich hab gar nichts Also von der zweiten Reihe Das Kreuz Also das zweite von rechts Das ist das falsche Ja, genau Das ist da Ich bin so ein Genie Meins hat jetzt gepasst Ja, nicht bei dem Ding hier Es geht immer noch nicht, Hallo Ich bin Genie Ja, aber hier links sind sie schon mal eingerastet Wir müssen das nicht vielleicht Up news Geh doch Ja, kein Problem Ja Easy peasy, lemon squeezy Da kam sagen Unvernichtete Ich hab's auf Ich hab den dritten Stein Ich hab den dritten Stein Diese kann ich Oh Gott Oder liegt noch was Weil es jemand von der Treppe ist Wer hat in den Stein genommen Ich hab den dritten Stein Da ist der Stein Ja, ich hab den dritten Stein das war das würde sie ja so wie die dinge explodieren so hart wenn ich mit eis drauf da liegt das lilanes batano da habe ich auch gerade nichts gesehen mit tafel an der wand hinter tarno richtung zu mir ne guck mal ich glaube du brauchst dieses hier tono geht ein bisschen anders aus ich glaube dass ich glaube dieser stern gehört auf die rechte seite sofern es einen gibt hier also das ding was ich da habe es ist okay aber hier ist was das auch noch was genau doch das habe ich nämlich eben gerade geguckt alles muss lesen richtig systematisch alle zweimal drücken das rechte nimmt da mal ein normales kreuz ohne irgendwas drin habe ich die verwechselt ich glaube das gibt es aber gar nicht aber ich bin hier verwirrt ich will das mal gleich bei den anderen vergleichen guck mal hier unten sind drei so eine dreiecke ich weiß nicht ob die eine bedeutung haben das haben wir auf dem also mit dem vergleichen ok ok nee das ist immer so guck mal hier auf dem boden haben wir hier einen stern mit dem ding drum das ist hier so abgefallen ja jetzt haben wir auch gerade alle möglichkeiten durch noch keine ahnung ich habe jetzt ja gar nicht was habe ich war es egal ich habe die anderen frei gemacht dadurch den rücken frei ja kein problem es geht es geht Ist für jede Waffe eine Herausforderung, Alter? Alter... Liege auf einmal, da gibt mir einen Hit. Wibrate down, Alter! Ich bring den letzten Stein in die Mitte. Ja? Ja, den Stein. Ich schaff... Ich schlug ab, Blaze. Mal zu springen, ne? Ach so, ja, dann lebe ich den jetzt wieder. Ja? Ja. Warte, ich werde zurückgespawren, der Stein, das ist aber doof, Alter. Ich kann dreimal springen, dadurch komme ich ein bisschen schneller vorhanden. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich jetzt hier... Oh, boah, zu weit geschwommen. Ich akzeptiere auch Zahlungen in Sandwiches für dich. Für das hier am Relays gerade. Der dritte ist mir nicht genug. Burger. Oh ja. Schnitzel-Burger. Ja. 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 War zu frei. Spielt irgendwie unnötig. Hat zwar geschmeckt, aber... Ich hab mir anders erwartet, so. Oh, Achtung! Ich brauche doch einmal die Tiefe. Oh! Aber das... Hä? Oh, brecher. Down, können aber irgendwie nix. Eingefroren. Noch noch mehr? Was hat das? Fliegende Kühe? Ja. Warum sind die so schnell down? Stark sind wir also. Gutes Zimmer. Okay. Alter, er rennt eingefroren? Ich hatte der eine bei mir gar nichts mehr in der Leiste, aber einmal hat er Huller gehört. Ich hab einen grad vorgetroffen, ist nix runtergegangen an Leben, ey. Was ist das hier? Geht gleich los. Moment. Also bei uns... 2... 3... Zerkombination. Einer ist wieder am Leben bei uns. Das sind alle eigentlich. Huh! Respawn. Ich bin gerade noch. Ich bin gerade noch. Ich bin gerade noch. Alter. Der schützt ihn nicht. Der schützt ihn nicht. Der schützt ihn nicht. Komm noch zwei. Oh, hier geht's raus. Oh, hier geht's raus. Schnellt aber. Jo. Sieht, glaub ich, ganz gut aus, ne? Jo. Ich glaube, das wurde ein bisschen falsch getimed mit der Karriere. Ach so, wenn wir so gut sind, ne? Verstöne. Das war's. Fertig. Sicherung entfernt. Und wieder eine Kiste, die in den Teuch, weil nix rauskommt. Schmeiß mal etwas rein. Fertig. Die Kassette ist offen. Sieg nach Schriftrollen und Dokumenten aus. Und zwar einer Menge Wissen. Wie erhofft und vorhergesagt. Bringst du bitte alles zurück. Ey, müssen wir die Dinger in den Himmel werfen. Die fliegen einfach weg. Die sind einfach... Keine Ahnung. Wo die fliegen. Hm. Die schweben einfach hoch. Warten sie das. Swin? Dann gucken wir mal. Von den Dingen. Die Dampferhupe immer, Alter. War das das nächste Treffen? Donnerstag, oder? Ja, schon. Donnerstag, oder? Donnerstag könnte ich. Ja. Jace? Ich kann immer. Ich muss immer nur Bescheid wissen früh genug. Also ja. Ja. Also. Haha. Gut. Oh je. Das war Samstags am besten. No. Samstags ist mal scheiße. Freitag meistens auch. Ja. Wie gesagt, zu den... Wie gesagt, zu den anderen krassen Gameern gehen wir da raus. Haha. Na ja. Nicht lange, ne? Gleich die Bar wieder rein. Da gibt's nicht gekommen, Alter. Oh je. Nice, nice, nice. Dark Three. Oh je weiß. booking.